Willkommen, King James. Was passiert da? Ich bin ein Cartoon? Ich bin kleiner als Kevin Hart! Nein, 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 nein! Ist was, Doc? Bugs! Ich fass es nicht mal! Was fühlt dich nach Toon World, Doc? Ein Computertyp hat meinen Sohn entführt. Doc! Was zur Matrix soll das sein? Hey, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Du willst gegen mich Basketball spielen? Ich brauche dringend ein Elite-Team. Wir brauchen ein Dream-Team. Ich übernehme jetzt. Schieß den Ball! Ich denke, das versuchen wir lieber nochmal. Wir holen deinen Sohn zurück. Versprochen. Was passiert da? Ich seh verdammt teuer aus. Und neunerwein... Die Grün-Squad! Was ist das? Ich hab sie! Ich hab sie! Oh, sie jagt mich. Ich bin zwar keine Glücksspiel-Ente, aber ich setze auf das andere Team. Wie? Ja, der Kind! Du wirst deine Familie verlieren! Alles, was du liebst. Wir sind wenigstens fein raus! Oh, hätte ich was vergessen. Alle Toons werden gelöscht. Also... Kommt schon Leute! Die Toon-Squad gibt nicht auf. Wenn wir untergehen, dann wenigstens als Loonies. Du musst dieses Spiel gewinnen und unseren Sohn zurückbringen. Los geht's, Tuns! Ich hab ihn! Es geht los! Und jetzt vor der Bank. Wile E. Coyote. Die Maschine produziert Unmengen an Wile E. Coyotes. Tja, sowas passiert. Wir brauchen ne Aufmunterung, eine Geheimwaffe. Oh Mann, Granny schlürft ein Martini in der Halbzeit. Nicht neidisch werden.